hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute wird es mal so ein bisschen bunter und dreht sich mehr um papier ich habe mal so ein bisschen online geshoppt und zwar bei faltkarten bei kraftelie und bei bastelwelt schobes habe ich mir mal ein bisschen papier bestellt und was das für welches ist darum geht es heute in meinem video ja ich habe mir mal ein bisschen design papier bestellt weil ich mal was anderes haben wollte als immer nur die action blöcke die sind mir gerade zu dunkel und von den farben her passt das irgendwie alles nicht so zu dem was ich gerne basteln möchte und einmal habe ich diese beiden blöcke gefunden einmal nur die unterschiedlichen formate einmal 30 x 30 und dieser kleinere und zwar dreht sich alles bei mir gerade um süßigkeiten und cupcakes und candy kram und zuckerwatte das mag ich gerade irgendwie alles total auch weil er so pastellig immer ist deshalb habe ich danach so ein bisschen mein papier eingekauft das ist jetzt einmal so ein blog der ist so ein bisschen zum anfang ein bisschen schimmernd so ganz hellen farben ich hoffe das kommt gut zur geltung ich blätter den einmal so ein bisschen durch von hinten da sind ein paar seiten die sind doppelseitig bedruckt das mag ich zum beispiel sehr leiden mit diesem rosa streifchen mit diesen schnörkeln das sieht super aus dann noch mal blümchen ganz hell hier einmal diese donuts ein pastell streifen pünktchen herz lollis hier auch noch mal so ganz helle herzchen auf so mint grün also der blöcke schon ziemlich schön wie gesagt einmal in groß einmal in klein mit ganz vielen pastelligen akzenten farben alles eben ein farbton dass das alles nachher schön zusammenpasst er hat es mir einmal angetan gehabt hier vorne kommen noch mal ein paar seiten wo das so ein bisschen beglitzert ist ja auch noch mal jetzt sieht man es glaube ich da muss ich da mal gucken wie ich das einsetze das ist ja immer nicht so einfach aber das war einmal dieses schöne papier von first edition der blog heißt also das ist so mein absoluter lieblings blog deshalb muss ich den gleich einmal zum anfang zeigen so weiter geht es geht weiter mit süßigkeiten wie soll es anders sein einmal amelie prager kenne ich gar nicht das sind auch nur so ein paar seiten diese lose eingetütet kamen das sind jetzt nicht so viele blätter einmal hier kann man sich das selber ausschneiden wie gesagt mit dabei eben eine gumball maschine lollipops ein einhorn eine eiswaffel also alles was eben süß und niedlich ist hier noch mal eine andere seite auch wieder ein einhorn mit drauf wie der donuts das finde ich total klasse mit diesen bunten pastellfarbenen lollipops das sieht mir so aus als ob das so ein bisschen zuckerwatte ist in der nahaufnahme einmal ziemlich bunt hier so kleine engelsflügel und dann noch einmal schön zuckerwatte unten zuckerwatte wagen und auf der rückseite auch noch einmal so ein bisschen zuckerwatte in mint und rosa als großaufnahme hier einmal noch ein bisschen kaffeebecher mit einer dicken sahnehaube auch wieder noch mal die zuckerwatte und hier sind noch einmal kleine kärtchen zum ausschneiden noch mal von den verschiedenen papieren einmal in klein das ganze also der blog der ist jetzt so ein bisschen kleiner gewesen das waren es nur so ein paar blättchen es geht ein bisschen bunt weiter das ist auch wieder ein blog der nicht gebunden ist sondern nur einzelne blätter hat da kam zu einmal so ein paar kärtchen die man da noch auseinander schneiden kann ein paar designs und hier sind jetzt halt eben viele kleine eulen die marke die kenne ich gar nicht weiter und da sind jetzt immer auch doppelseitige bögen bedruckt ich habe das einmal so hingelegt dass das immer zu sehen ist einmal so ein bisschen rosa wellenformen mintgrün hier sitzen so kleine vögelchen auf einem seil paar blümchen dann einmal wie von so einer pinata das papier so sieht das aus so ein streifen geschnitten wie für so ein tessel ein bisschen was graues jetzt wird sehr bunt einmal so ein bisschen sehr gelb und dann ins pastell übergehend vielleicht ist das ganz gut wenn man vielleicht rosetten daraus tanzt dann hat man so ein farbverlauf hier noch einmal so ein paar blätter ein paar blümchen und das letzte blatt das finde ich noch mal schön das sind diese ganzen kleinen windmühlen das sieht lustig aus mal gucken was man daraus dann so gestalten kann dann wird es einmal wieder ein bisschen bunter und pastelliger und zwar einmal der blog sogar ein spice davon habe ich mir gleich ein bisschen mehr noch geholt das ist einmal der große blog blätter den auch einmal durch das ist hinten wieder das letzte blatt dass man sich einmal seine die karte selber rausschneiden kann dann haben wir einmal ein paar herzchen sehr bunte schrift ein paar pünktchen noch mal karten die man sich rausschneiden kann einmal hier unten einen donut und ein cupcake noch mal ein bisschen rosa die seite finde ich klasse mit den ganzen bonbons dann einmal ein paar kreise auf mintgrün hier ist einmal so ein cotton candy wagen mit blümchen schrift in mintgrün und eine ganze seite mit donuts hier kommen noch mal diese herzchen und jetzt wiederholt sich das ganze eben noch mal das ist einmal dieser blog den habe ich mir einmal bestellt in 30 x 30 und dann auch noch mal in sechs mal sechs in klein dass man eben diese ganzen muster dann noch mal ein bisschen kleiner zur verfügung hat falls man das ganze nicht immer gleich groß haben möchte ich habe mir dann dazu noch bestellt einmal eine tüte die katz ein paar kleine text und auch noch mal ein paar andere kleine text hier hinten ist es immer drauf zu sehen so viel ist da leider nicht drin weil es doch dann ganz schön hochpreisig die text von dem papier her das ging aber ich habe mir auch noch ein paar stempel dazu bestellt weil ich das ganz cool fahren dass da eine gambol maschine mit dabei war und auch die bonbons weil ich insgesamt plane ein kleines projekt zu machen wo sich das nur um süßigkeiten dreht ich habe mir noch ein paar einzelne blätter papier bestellt einmal diese ganzen sprüche die kann man dann einfach nur gerade ausschneiden das finde ich mal ganz praktisch habe ich mir gleich zweimal bestellt auf der rückseite sind einfach noch lila papier mit gelben schmetterlingen dann habe ich gefunden gehabt glitzer papier in rosa das ist jetzt selbst kleben leider kann man das nicht ganz so gut stanzen ich hoffe ich bekomme das in der farbe noch mal irgendwie woanders aber von der farbe her ist es ein traum das rosa also das ist schon echt schön und ich habe noch gefunden einmal acetat papier ich drehe das einmal hier weiß um dann sieht man das besser mit so bunten bubbles das ist richtig schön das passt dann zu meinem projekt was ich da starten will dass man einmal so acetat hat mit diesen bunten bubbles das ist ein einzelner bogen das ist mal was anders so kommt das eben halt gar nicht zur geltung erst wenn man das so ein bisschen weiß hinterlegt dann habe ich mir bestellt das weiß nicht ganz so teuer einmal schrumpffolie in so einem quietsch knalle grün bin ich mal gespannt die kann man wohl auch stanzen also zumindest ist hier so ein handstand darauf abgebildet mal gucken vielleicht kann man das vielleicht sogar durch die big shot jagen mit einer stanze ich werde das mal probieren da werde ich euch auf dem laufenden halten und ich habe mir noch mal schrumpffolie bestellt ganz normal und zwar ist die bedruckbar mit dem laserdrucker da werde ich noch mal ein video zu machen das habe ich nämlich schon ausprobiert dass ihr das da noch mal sehen könnt einmal vorher nachher das glaube ich ganz interessant dann bin ich noch auf dieses stempel set gestoßen mit stanzen zusammen von gemini auch wieder ein haufen süßigkeiten mit dabei ich hole das einmal kurz raus dann sieht man das besser das sind einmal die stempel dann sieht es einmal wieder eine kleine gambol maschine mit dabei ein paar lollipops ein kleines glas mit bonbons drin das soll glaube ich auch so was sein wie so ein kleiner kuchen mit so einer flüssigen soße wieder ein kleiner bonbon noch mal schriften die man stempeln kann und das ist einmal von der hausseite diese der unterstand dass man das farbig machen kann hier sind einmal ein paar fenster dass man damit ebenso ein kleines haus machen kann wenn man das möchte wenn man das auf eine box alles klebt so sieht das dann einmal aus wenn das fertig koloriert ist und das sind wie gesagt die stempel dazu und die stanzen das sind die einmal passend dazu dann dass man das dann einmal stempelt ausmalt und dann einmal stand werde ich euch zeigen wenn ich das benutzt habe wie das dann im endeffekt aussieht dann gab es einmal noch im bossing farbe im leichten rosa für das pet zum nachfüllen dass das wieder ein bisschen besser klebt dass ich mal wieder ein bisschen mehr im bossen kann vielleicht dann habe ich mir noch ein paar highlights bestellt ein paar ösen in so bubblegum rosa und einmal ein bisschen größer so was habe ich noch gar nicht in grün im mintgrün eine kleine stanze habe ich noch so eine kleine rosi stanze so sieht die ausgestanzt aus so ein bisschen geprägt und dann kann man halt was in die mitte kleben mal gucken wie sich das dann ganz gut umsetzen lässt dann habe ich mir noch eine stand schablone bestellt und zwar ist das eine gerollte blume wenn man das ganze einmal ausgestanzt hat sieht das dann so aus dafür benötigt man dann entweder eine gut greifende kleine pinzette oder diesen kleinen quilling stab und das ganze setzt man dann halt einmal hier so rein und dreht das ganze dann im grunde genommen einmal auf und dann entwickelt sich daraus eine blume ich habe schon einmal fertig geklebt dann könnt ihr das einmal sehen so sieht das ganze nachher einmal aus das ist jetzt in rosa dann muss man die blütenblätter noch so ein bisschen umbiegen hier sind dann diese kleinen blüten stänge und die blütennarbe drin so sieht diese stanze dann halt einmal aus wenn das einmal gerollt ist das hat mich mega gefreut dass ich die gefunden habe das mal was ganz anderes aber jetzt noch zu meinem highlight und zwar habe ich rosetten stanzen gefunden die hatte ich bei bastelwelt schobes gefunden einmal sieht das ganze so aus in grün die sind alle mit so schaumgummi in der in drinne ich habe die von oben aber gleich jetzt schon beklebt einfach mit ein bisschen kreppband damit diese schaumgummi sich nicht raus drückt weil es ist bei der anderen stanze das ist die zweite davon schon passiert hier bei dem stern damit sich nicht noch mehr ausdrückt sondern dass es drinne bleibt ja damit kann man rosetten machen und zwar sind die stanzen von schnellen sagt mir jetzt so nix aber die habe ich wie gesagt bei schobes gefunden habe ich mir bestellt ich habe schon eine rosetten stanze von tim holz das funktioniert super ich habe das einmal hier ein bisschen ausgestanzt und zwar sieht das ganze dann so aus das ist jetzt hier sehr filigran mit herzchen und man hat dann diese ganzen falz kanten und muss das ganze nur noch zusammendrücken und zusammenkleben und die herzchen stanze die sieht einmal so aus die ist jetzt ziemlich dicht ich habe das ganze noch mal ein bisschen abgeschnitten und verkleinert und nicht ganz so viel gelassen sondern die ein bisschen eingekürzt und dann ist das halt ein bisschen kleiner aber von dem bin ich begeistert weil die so filigran sind und die gehen so super da bleibt kaum was zurück durch dieses schaumgummi was da drinne klebt das ist einmal diese sternchen stanze ist auch wieder ganz fein filigran ich zeig noch einmal die stanze dazu und so sieht dann diese rosette dazu aus und den auch mal ein bisschen kleiner gemacht sieht dann halt noch mal so aus dass man einfach das ende ein bisschen einkürzt und dann kann man das in der beliebe her ein bisschen verkleinern also da habe ich mich tierisch gefreut die haben unter zehn euro gekostet was ich jetzt auch nicht viel fand aber die funktionieren wie gesagt super da bleibt nichts drinne kleben der fallen die herzchen einfach so raus also da habe ich mich echt gefreut dass ich die gefunden habe das ist meine super stanze für das geld und wer gerne rosetten macht super einfach damit zu machen also das war mega ja das waren dann so meine einkäufe in drei verschiedenen online shops wollte ich euch heute mal zeigen war was ganz anderes als aliexpress und action und wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir doch einen daumen nach oben da oder ganz einfach abonniert mein kanal und ich sage tschüss bis zum nächsten mal